Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit dem ersten Teil von einer vermutlich vierteiligen Ausgabe von Underrated-Spieler in der NFL. Wir gucken uns heute zwei Divisions an und wir arbeiten uns dann so durch die NFL. Und ich gebe euch für jedes Team dieser zwei Divisions-Einspieler, der meiner Meinung nach underrated ist, über den nicht genug geredet wird. Wir haben sowas mindestens letztes Jahr schon gemacht, vielleicht sogar das Jahr davor. Ich finde das eigentlich immer ganz spannend, gerade wenn man dann meine Meinung mit der von Fans von dem spezifischen Team vergleicht vielleicht. In den letzten Jahren war es teilweise so, dass ihr mir zugestimmt habt und gesagt habt, ja, würde ich auch sagen, der ist total underrated. Oder dass Fans sogar gesagt haben, ja, stimmt, aber der aus meinem Team, der ist vielleicht sogar noch mehr underrated. Und teilweise waren da wirklich dann interessante Shouts dabei von Spielern, die in der Saison danach richtig auf sich aufmerksam gemacht haben. Deswegen sind wir wieder hier mit der Reihe. Wir fangen an mit den beiden Aus-Divisions. Das heißt, wir haben die AFC und die NFC East. Fürs nächste Mal könnt ihr euch gerne was wünschen, aber ich werde dabei bleiben, die Himmelsrichtung gleich zu haben. Das heißt, wir könnten nächstes Mal zum Beispiel AFC und NFC West, AFC und NFC South oder AFC und NFC North haben. Wünscht euch gerne was in den Kommentaren. Jetzt gehen wir rein ins Video. Wir fangen an mit der AFC East und mit den Jets. Bei den Jets ist es für mich Wide Receiver Garrett Wilson. Das ist einer von zwei offensiven Spielern auf der Liste heute. Zwei? Zwei. Nur zwei offensive Spieler. Naja. Es gibt verschiedene Level von diesem Underrated-Sein. Es gibt Spieler, von denen vielleicht viele, die nicht Fan von dem spezifischen Team sind, also in dem Beispiel jetzt Jets, die vielleicht noch nicht wirklich von dem gehört haben oder wo viele noch nicht von dem gehört haben, der aber eigentlich echt gut ist. Oder dann gibt es so eine Beispiele wie Garrett Wilson. Vermutlich wird jeder von euch Garrett Wilson kennen. So war ein hoher Draftpick, hat in seiner Rookie-Saison sehr gut gespielt. Aber ich glaube, über ihn wird nicht genug geredet. Über ihn wird geredet. Leute wissen, dass er gut ist. Aber ich glaube, Leute wissen nicht, wie gut er wirklich ist. Und der Grund dafür ist natürlich relativ klar. Letztes Jahr, die Jets hatten eine super krude Quarterback-Situation. In vielen Spielen hattest du einfach gar nicht wirklich die Möglichkeit, als Wide Receiver zu glänzen. Und ich glaube, dieses Jahr wird sich das komplett ändern. Das wird mit Abstand das Jahr sein, wo Garrett Wilson den besten Quarterback hat, beziehungsweise das beste Quarterback-Play hat. Höchstwahrscheinlich natürlich, es sei denn, Aaron Rodgers verletzt sich wieder oder sowas. Und ich glaube, der wird die NFL und nicht nur Jets-Fans, sondern auch neutrale Fans daran erinnern, Moment mal, hey, ich bin nicht nur irgendein Nummer-Eins-Receiver in einem Team. Ich bin auf einem Level, dass ich gut und gerne ein Top-5, Top-3-NFL-Receiver sein kann, wie gesagt, in der ganzen Liga. Also Garrett Wilson bei den Jets. Klar ist er nicht unbekannt, aber meiner Meinung nach wissen zu wenig Leute, wie gut er wirklich ist. Weiter geht's mit den Dolphins. Hier habe ich mich für Cornerback Kendall Fuller entschieden, der neu bei den Dolphins ist. Deswegen ist es vielleicht für Dolphins-Fans so ein kleines bisschen so, ah, toll, hätte es auch wieder nehmen können, wenn er letztes Jahr schon da war. Aber ich war wirklich ein bisschen, ich habe nicht so wirklich krass jemanden gefunden. Und wir werden nachher noch auf ein Team kommen, wo ich wirklich einfach niemanden gefunden habe, wo ich mir einfach Schrägstrich aufgeschrieben habe. Da müsst ihr mir dann weiterhelfen, was eurer Meinung nach der underratedste Spieler ist in dem Team. Aber ja, bei den Dolphins habe ich hin und her überlegt und ich bin dann irgendwo im Defensive Backfield hängen geblieben. Also auf der offensiven Seite habe ich sowieso niemanden gefunden, weil es bei Offensive Line Minimum ein bisschen schwer ist, gerade wenn man die sich nicht nochmal explizit anguckt. Und da ist mir einfach niemand ins Auge gefallen. So, ja, Tyrone Armstead ist krass, aber das wissen alle. Und ansonsten die ganzen Skillplayer in der Offense, die wurden halt letztes Jahr komplett zu Recht extrem gehypt. Das heißt, die hat man auch alle komplett auf dem Schirm. Und deswegen bin ich dann in der Defense hängen geblieben. Hier habe ich mir erst mal Bradley Chubb angeguckt, weil ich denke, wenn er von der Verletzung wiederkommt, dann kann auch der sehr krass spielen. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt nicht mehr Wilkins und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich den wirklich underrated nennen würde. Und dann im Defensive Backfield habe ich erst an Javon Holland gedacht. Dann habe ich ja gedacht, nee, da wissen Leute auch, vielleicht auch wegen Hard Knocks. Aber ich habe das Gefühl, Leute, raten den genau so, wie er geratet werden sollte, als sehr guten Safety. Dann habe ich vielleicht sogar schon daran gedacht, Jalen Ramsey zu nehmen. Jalen Ramsey ist für mich immer noch der beste Cornerback der Liga, der letztes Jahr in einem System gespielt hat, was ihm überhaupt nicht geholfen hat, sage ich mal. Und inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, der wird aus so Top 5 Cornerback der NFL-Rankings rausgelassen. Und das wäre dann halt dieses Endlevel von, klar, jeder weiß, wer er ist, jeder weiß, dass er gut ist, aber Leute wissen nicht, wie gut er wirklich ist. Aber da habe ich dann auch gedacht, das wäre vielleicht übertrieben. Und Kendall Fuller ist, glaube ich, jemand, wo jetzt vielleicht sogar Dorfens-Fans, aber die allermeisten denken, ah ja, ein Kendall Fuller geht da hin, vielleicht ein ganz guter Cornerback 2. Aber ich glaube, Jalen Ramsey und Kendall Fuller, wenn die in einem ordentlichen System am Ende spielen, als Nummer 1 und 2 Corner, können die vielleicht das beste Cornerback-Duo der NFL sein. Wir haben da viele andere Anwärter, aber die beiden haben halt auch das nötige Maß an Erfahrung und so weiter. Wie gesagt, er wird sehr aufs System ankommen, aber Kendall Fuller darf man nicht vergessen. Der hat letztes Jahr nicht extrem viele Interceptions gehabt, ich glaube, 2 oder 3 oder sowas bei den Commanders, aber der ist definitiv noch nicht am Ende seiner Karriere, sondern der spielt noch auf einem richtig hohen Level. Ich war gerade schon zwei Teams weiter und dann habe ich gemerkt, dass mein Mikrofon auf einmal irgendwelche Faxen gemacht hat, deswegen nochmal. Patriots ist für mich Safety Kyle Dagger. Bei den Patriots habe ich tatsächlich mehrere Kandidaten gehabt und habe mich am Ende für Kyle Dagger entschieden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den letztes Jahr vielleicht sogar auch hatte, kann aber auch gut sein, dass ich letztes Jahr Jabril Peppers hatte. Bei den Patriots, auch das ist ein Ding, was ich, glaube ich, jedes Jahr sage, habe ich das Gefühl, dass Spieler ein bisschen underrated sind, weil diese gesamte Defense irgendwie immer so zu einer Masse verschmilzt. Also ich habe das Gefühl, man denkt, ah ja, die Patriots Defense ist gut und gut gecoacht und diszipliniert und bla bla bla. Hin und wieder sticht dann mal einer raus und nach einem Spiel oder nach zwei, drei Spielen hört man dann ein bisschen mehr über Matthew Judon oder Josh Ucce hat gerade eine gute Phase oder sowas. Aber insgesamt habe ich trotzdem das Gefühl, das verschmilzt immer noch so zu einer großen Patriots Defense Menge und über Kyle Dagger wird dementsprechend zu wenig geredet. Ich glaube, den könntest du auch wegen seiner Position Flexibility eigentlich nehmen und in alle 31 anderen Teams packen oder mit den Patriots in alle 32 Teams packen und er hätte einen Starting Spot in diesem Team. Und das kann man über nicht allzu viele Spieler sagen, weil auch nicht allzu viele Spieler so scheme-ungebunden sind wie Kyle Dagger. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr versatile. Den kannst du für viele verschiedene Sachen einsetzen und der macht viele verschiedene Sachen sehr, sehr gut. Und deswegen müsste man oder sollte man meiner Meinung nach vielleicht ein kleines bisschen mehr über Kyle Dagger reden, der, denke ich, einer der besten Safeties der NFL ist. Bei den Bills ist es für mich Linebacker Terebonat. Ich glaube, der wurde nicht mal letztes Jahr gedraftet. Ich habe das Gefühl, bei vielen Leuten war der so als so Late-Round-Rookie im Kopf letztes Jahr und hat irgendwie so ein bisschen die Erwartungshaltung gekriegt. Aber ich glaube, er ist das Jahr davor gedraftet worden und wenn mich nicht alles täuscht, sogar gar nicht mal so spät. Also Bills-Fans berichte ich mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich habe im Kopf irgendwas Ende Tag 2, Anfang Tag 3 mäßiges, Runde 3, 4, vielleicht 5, aber was auch immer. Und der musste letztes Jahr trotzdem mehr oder weniger unerwartet einspringen bei den Bills und hat seinen Job aber so gut gemacht, dass er jetzt eigentlich ein relativ safer Starter ist dieses Jahr. Und bei den Bills habe ich mich wieder ein kleines bisschen schwer getan, weil ich da durchgegangen bin und die ganzen Spieler, die mir als wirklich gut ins Auge gestochen sind, haben, sind, sind, habe ich gedacht, ja okay, aber die kriegen den Hype, den sie verdienen. Und selbst in Terebonat ist halt letztes Jahr vielen Leuten aufgefallen. Also das ist jetzt glaube ich nicht so ein Geheimtipp, also lasst mir nicht wissen, wenn ihr kein Bills-Fan seid, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, dass jetzt die Bills-Fans wissen, was los ist und ich weiß zufällig, was los ist, weil ich mich halt beruflich damit beschäftige, aber so normale Fans, sage ich mal, wissen nicht, wer Terebonat ist. Ich glaube eigentlich hat das jeder oder jeder, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, letztes Jahr mitgekriegt, dass der einspringen muss und dass er einen richtig guten Job gemacht hat. Aber wie gesagt, berichte ich mich gerne, oder nicht berichtigt, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr von irgendeinem anderen Team-Fan seid, habt ihr Terebonat mitgekriegt? Seid ihr jetzt ein bisschen überrascht davon, dass ich den in dem Video habe oder sagt, ja okay, gut, davon auszugehen? Und auch da, wie gesagt, so viele habe ich nicht gefunden bei den Bills. Also ich habe das Gefühl, die Spieler, die wirklich in meinen Augen gut sind, sind auch die, die wirklich als gut angesehen werden. Und da waren nicht allzu viele dabei, wo ich gesagt habe, oh, über den müsste man mehr reden oder so. Also bin gespannt darauf, ob sich vielleicht nach dem Jahr irgendwie einer entwickelt oder in dem Jahr einer zeigt. So, zack, wir gehen zu NFC East und wir sind bei den Cowboys angekommen. Und das ist das Team, was ich vorhin erwähnt habe. Ich habe keinen gefunden. Ich habe bei den Cowboys drüber nachgedacht. Nämlich Brenton Cooks vielleicht. Ich habe sogar wirklich kurz drüber nachgedacht. Und das wäre am Ende der gewesen, wenn ich mich dazu gezwungen hätte, jemanden aufzuschreiben. Aber ich habe letztendlich gesagt, es ist mein Kanal, mein Video. Wenn ich keinen finde, dann finde ich keinen. Jetzt muss ich nicht auf Teufel komm raus hier einen hinschreiben. Aber am ehesten wäre es vermutlich Dirk Prescott gewesen. Und das ist auch wieder so ein merkwürdiger Fall, weil er gefühlt in zwei Extremen lebt in den Medien. Also entweder es gibt Leute, die ihn extrem bashen, sobald er ein was Schlechtes macht. Oder es gibt welche, die ihn auf einmal als MVP-Kandidat sehen. Und er ist logischerweise irgendwo dazwischen, weil es halt gefühlt die beiden Extremen sind. Aber er ist deutlich eher am höheren Ende als am unteren, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Dirk Prescott spielt richtig, richtig guten Football. Und die Cowboys-Fans, die ihn dann immer bashen, ich glaube, die würden ein bisschen verblüfft aus der Wäsche gucken, wenn du einfach mal Dirk Prescott mit irgendeinem durchschnittlichen NFL-Quarterback tauschen würdest. So, ich weiß nicht, ob die damit dann ernsthaft zufrieden wären, was sie sehen würden. Ich glaube, viele von denen schieben so ein bisschen dieses Ah, in den Playoffs verlieren, da, 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 Ding auf ihn. Was ich absolut nicht unterschreiben kann. Aber insgesamt habe ich offensiv, defensiv niemanden wirklich gefunden, wo ich sage, ah, über den wird zu wenig geredet und der ist krasser, als er eigentlich ist. Deswegen, ja, Cowboys-Fans, lasst mich wissen, wenn ihr da wen im Kopf habt, oder ob ihr vielleicht sogar verstehen könnt, warum ich das so sehe. Und andere NFL-Fans auch. Habt ihr irgendwen bei den Cowboys im Kopf? Oder zu nur guckt euch mal den Roster an, guckt euch den Dap-Shart an, was auch immer. Sticht euch da irgendjemand ins Auge, von dem ihr sagt, ah, irgendwie hören wir nicht wirklich viel von dem. Aber eigentlich finde ich, der ist echt krass. Würde mich sehr interessieren, weil ich, ich habe niemanden gefunden. Giants, da gab es mehrere Kandidaten. Am Ende ist es für mich Linebacker Bobby O'Carakee geworden. Auch der ist vermutlich eher so in Richtung Garrett Wilson. Underrated von wegen, Leute wissen, dass er ja bei den Colts schon immer gut ist. Leute wissen, dass er letztes Jahr für viel Geld zu den Giants gekommen ist. Vorletztes Jahr? Ne, letztes Jahr, ne. Dass er auf jeden Fall für viel Geld zu den Giants gekommen ist. Aber dadurch, dass die Giants insgesamt letztes Jahr nicht wirklich gut waren, hat das irgendwie ein bisschen abgenommen. Und die haben ihn nicht mehr, oder Leute haben ihn nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Obwohl er letztes Jahr echt, echt, echt gut gespielt hat. Und das nicht nur irgendwie jetzt Splashplay-mäßig oder nicht nur stabil, sondern beides. Und das ist halt letztendlich das Krasseste, was du machen kannst. Wenn du stabil deinen Job immer erledigst, den du erledigen sollst. Ich glaube, damit sind viele Defensive Coordinator schon super zufrieden in der NFL. Und wenn du dann da oben drauf noch die Splashplays packen kannst. Mal ein Fumble forcen, mal ein Fumble recoveren, mal auf dem Blitz ein Sack, mal ein Interception, was auch immer. Das ist dann, glaube ich, ein richtig hohes Niveau, auf dem meiner Meinung nach Bobby O'Carrikay sich absolut befindet für die Giants. Und ich glaube, er ist underrated. Commanders ist es für mich, Defensive Tackle Daron Payne. Auch da, glaube ich, viele Leute haben auf dem Schirm, dass er gut ist. Und so, wenn man jetzt gute Tackles in der NFL nennen sollte, dann wäre er vermutlich dabei. Gute Defensive Tackles natürlich. Aber ich glaube, auch da, Leute underraten das vielleicht ein kleines bisschen, weil über ihn nicht viel geredet wird. Und wenn, habe ich das Gefühl, bei den Commanders wird immer mehr über die gesamte D-Line geredet. Was auch fair ist, weil er spielt ja doch neben einem Jonathan Allen zum Beispiel, hat eine Zeit lang neben Chase Young gespielt, hat eine Zeit lang neben Montez Sweat gespielt und so weiter. Aber ich glaube, der wirkliche beständige Teil, der es auch den Leuten um ihn herum ermöglicht, besser auszusehen, ist Daron Payne in der Mitte von der D-Line. Und da müsste vielleicht ein kleines bisschen mehr drüber geredet werden. Letztes Jahr, die Sack-Zahlen waren okay, aber das ist für Interior-Russia halt auch generell nicht so der Maßstab, in den allermeisten Fällen zumindest. Selbst bei Attacking-Fronts. Aber die Stuff-Zahlen, die er hatte, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber er hatte wirklich, wirklich viele Run-Stuffs. Und das ist das, was ich mir halt primär erwarte von Interior-Defensive-Linemen. Und da ist Daron Payne einer der, meiner Meinung nach, besten der NFL-Period. Eagles ist es für mich, Defensive-Tackle Dallas Goddard. Wer vorhin aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein. Ich habe gesagt, ah, zwei offensive Spieler und bisher war nur einer an Garrett Wilson. Deswegen jetzt hier der zweite in Dallas Goddard. Bei den Eagles habe ich auch überlegt, ob ich mich eventuell Richtung Darius Slay orientiere, defensiv. Weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass die Eagles Secondary insgesamt so schlecht war letztes Jahr, ist jetzt bei vielen Leuten im Kopf auch, ah, Darius Slay, Eagles Secondary, schlecht. Vielleicht würde ich nicht so unterschreiben. Erstens hat er verletzt gespielt, also angeschlagen gespielt. Und zweitens, als einer alleine kannst du nicht wirklich viel machen. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob bei ihm vielleicht wirklich langsam das Alter anklopft und ob er noch wirklich so einer dieser besten, besseren Cornerbacks der Liga ist. Deswegen habe ich mich gegen ihn entschieden und am Ende für tight end Dallas Goddard. Die Zahlen von ihm, also gerade die Yards sind die letzten beiden Jahre runtergegangen. Obwohl er letztes Jahr zum Beispiel wieder mehr Spiele gespielt hat, als das Jahr davor. Und generell ist das halt so ein Ding, was sich leider durch seine Karriere zieht. Ich weiß nicht, ob der irgendwann schon mal eine komplette Saison gespielt hat. Ich gucke gerade mal, ich glaube, ich habe mir das hier extra aufgelassen. Er hat in seiner Karriere einmal 16 Games played. Das war 2018, das war, als es noch 16 Spiele gab. Also das müsste in seiner Rookie-Saison das einzige Jahr gewesen sein, wo er alle Spiele gespielt hat oder in allen Spielen gespielt hat. Ansonsten 15-11, 15-12, 14. Letztes Jahr also wieder, könnte man jetzt meinen, ein verhältnismäßig gesundes Jahr. Aber da hat er halt auch über große Teile der Saison angeschlagen gespielt. Und ich glaube, man hat das gemerkt. Generell, weil sich auf Außen mit Devontae Smith und AJ Brown diese Waffen, die beide als Deep Threats einsetzbar sind, entwickelt haben, ist Dallas Goddard Rolle ein bisschen mehr geschifftet über seine Karriere jetzt hinten raus zum mehr underneath und sichere Routen, drittes Down, Short Conversions und sowas fangen. Und das macht er aber richtig gut. Ich glaube, sie könnten wirklich noch ein bisschen mehr wieder zu ihm finden in der Red Zone. Mal gucken, ob die das nächstes Jahr machen. Aber ich bin der Meinung, wenn Dallas Goddard auf dem Feld steht, sind die Eagles ein deutlich besseres Football-Team, als wenn irgendein anderer Thailand auf dem Feld steht. Und ich glaube, die meisten Leute haben Dallas Goddard jetzt inzwischen schon so ein kleines bisschen abgeschrieben, ein kleines bisschen vergessen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr nochmal zeigt. Hallo, ich bin übrigens noch da und ich bin immer noch sehr gut. Alright, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wünsche ich euch gerne eine Division fürs nächste Mal. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.